Auch nach der Krise könnten sich Arbeitgeber wegen wirtschaftlicher Unsicherheiten veranlasst sehen, zu Mitteln wie Leiharbeit, befristeten Arbeitsverhältnissen oder Versetzungen zu greifen. Worauf Arbeitnehmer und Betriebsräte da sich einstellen sollten, kläre ich heute im Gespräch. Bei mir im Studio mein Kollege Arne Schrein, Rechtsanwalt aus München. Arne, schön, dass du da bist, um zu schauen, worauf sollten sich Arbeitnehmer und Betriebsräte dann einstellen mit Themen wie Leiharbeit, Versetzungen. Es ist so, die Krise, die wir jetzt eben haben und irgendwann wird sie ihr Ende haben. Es wird aber auch sein, selbst wenn dann in manchen Branchen es vielleicht auch wieder dann sehr stark ansteigen sollte mit der Unternehmerleistung. Das kann schon sein. Bei manchen wird es etwas brauchen. Aber selbst wenn es sehr stark ansteigen sollte, werden trotzdem einige Unternehmen, das ist zumindest mal die Vermutung, auch man sieht es in den letzten Jahren, nicht gleich wieder, selbst wenn sie da Leute ausgestellt haben sollten, gleich wieder fest anstellen. Weil die Unternehmer sagen, jetzt haben wir diese Krise mit den und den Millionen, Milliarden Verluste vielleicht. Und wenn es jetzt wieder sich langsam ankurbelt, wollten wir nicht gleich wieder Festangestellte. Nachher in einem halben Jahr, Jahr haben wir wieder sowas ähnliches. Und das wird mir dann einfach zu teuer, das alles dann rauskaufen zu müssen. Also guckt man eher, ob man über prekäre, also nicht ganz sichere Beschäftigungsverhältnisse, das vielleicht eher erstmal zu wuppen. Und darunter können natürlich dann Leiharbeit fallen, was bisher vielleicht nicht so oder in dem Maß im Betrieb üblich war. Mehr befristete Arbeitsverträge, die abgeschlossen werden. Und manche Mitarbeiter müssen vielleicht auch mit einer Versetzung in eine andere Filiale rechnen, weil vielleicht in der Filiale jetzt gerade noch nichts los ist und 300 Kilometer weiter brummt es aber eben gerade. Das könnten die Probleme sein und die Mitbestimmung für den Betriebsrat kreist bei all diesen drei Themen, Leiharbeitbefristung und Versetzung um § 99 der Betriebsverfassung. Denn das Leiharbeiter-hereinholen ist Einstellung, auch wenn der Leiharbeitnehmer natürlich mit dem Arbeitgeber, wo jetzt der Betriebsrat einen Arbeitsvertrag hat, keinen Arbeitsvertrag hat, sondern die haben nur einen Leihvertrag mit der Verleihfirma geschlossen. Aber der Leiharbeiter übt ja auch weisungsgebundene Tätigkeit aus. Und das macht den Einstellungsbegriff aus. Also nicht gleich als Betriebsrat sagen, eine Leiharbeit wollen wir hier nicht haben. Das hatten wir noch nie. Das macht ja vielleicht auch mal Sinn nach oder während einer Krise, weil das Unternehmen vielleicht auch nicht so viel Geld kostet. Man muss ja auch mal gucken, wo der Euro herkommt. Aber dass man halt nicht so uferlos jetzt da reinstolpert und der Arbeitgeber vielleicht die Situation nutzt, um einfach jetzt in Zukunft immer mehr prekäre Arbeitsverhältnisse oder Beschäftigungsverhältnisse zu haben, also dass man vielleicht eine Maximalgröße auslodet, aber maximal 20 Prozent, 25 Prozent, maximal erstmal für den Laufzeitraum von einem halben, dreiviertel Jahr. Dann gucken wir uns das Neue nochmal an, wie so eine Art Pilotprojekt vielleicht. Das wäre vielleicht dann ratsamer, aber vielleicht auch sinnvoll im Einzelfall. Ja, also ich denke auch, da müssen sich Betriebsräte jetzt einfach darauf einstellen, weil klar für angeschlagene Arbeitgeber, die werden natürlich schauen, wo können sie Kosten minimieren und senken. Also Personalkosten sind immer ein großer Batzen und dadurch, dass wir in Deutschland das Kündigungsschutzgesetz haben, ist es ja für den Arbeitgeber relativ schwierig, dann auch tatsächlich Arbeitnehmer, ich sage jetzt mal umgangssprachlich, wieder loszuwerden. Ja, insofern ist es natürlich für den Arbeitgeber ein charmantes Mittel zu sagen, ich hole mir die Arbeitnehmer gar nicht hier als Festangestellte ins Haus, sondern wirklich mit Mitteln der Leiharbeit, wo ich mal schnell den Leiharbeiter auch wieder nach einem Zeitraum eben wegschicken kann oder befristete Arbeitsverhältnisse. Also wie gesagt, ist ja grundsätzlich nicht verkehrt und für eine gewisse Zeit auch in Ordnung, für einen gewissen Prozentsatz in Ordnung. Genauso wie bei Befristung, da gibt es ja mit und ohne Sachgrund die Befristungsmöglichkeiten. Auch das während oder nach einer Krise, da wird auch kein BR wahrscheinlich sagen, das wollen wir gar nicht haben. Die wissen vielleicht selber nicht genau, wo es lang geht, aber nur, dass man immer darauf schaut als BR, auch über diese Überwachungsfunktion oder wenn man nun gerade auch eine BV dazu macht, wie lange machen wir das? Wir gehen immer wieder, wie jetzt auch momentan, wo wir dieses hier aufzeichnen eben, dass man vielleicht sagt, wöchentlich schaut man drüber, ob es sich ändert, in die eine wie die andere Richtung. Nicht, dass man es irgendwie vergisst und plötzlich nach zwei Jahren man sich denkt, ja stimmt, jetzt haben wir so viel Leiharbeiter hier, das haben wir gar nicht so überrissen. Wie kriegen wir die wieder los oder warum haben wir so wenig Stammbelegschaftsmitglieder oder das Know-how geht weg, weil nur, weil die Leiharbeiter gut sind, heißt es ja nicht, dass ich darauf immer zurückgreifen könnte. Also, dass man so ein Monitoring macht, wie so eine Art Krisenstab, der sich wöchentlich 14-tägig trifft, um zu gucken, das war jetzt gut vor drei Monaten, aber jetzt nicht mehr. Zügel anziehen oder locker lassen, aber Leiharbeit und Befristung okay, aber natürlich nicht uferlos. Vielleicht setzen wir auch nochmal bei den Beteiligungsrechten des Betriebsrats an, weil du hast jetzt schon gesagt, es wird ausgelöst bei der Leiharbeit und natürlich auch bei den befristeten Arbeitsverhältnissen und auch bei Versetzungen. Immer der Paragraf 99, der Betriebsrat muss seine Zustimmung erteilen, es sei denn, er hat einen gesetzlich vorgegebenen Grund, warum er die Zustimmung verweigern darf. Jetzt ist es ja mal wieder so eine klassische unternehmerische Entscheidung, also der Betriebsrat kann ja jetzt leider nicht mitwirken, ob der Arbeitgeber am Ende sich dafür entscheidet, einen festangestellten Arbeitnehmer ins Haus zu holen oder ob er einen befristeten Arbeitsplatz anbietet. Aber letztendlich hat der Betriebsrat ja schon auch immer Informationspflichten und auch die Rechte aus dem Paragrafen 92 folgende, wo es ja um Personalangelegenheiten und Beratungsrechte geht. Insofern gebe ich dir recht, es macht doch wirklich auch Sinn, schon immer zu schauen, wie sind denn die Trends, wie entwickelt es sich, mit dem Arbeitgeber drüber zu sprechen. Auch Arbeitgeber, was hast du da geplant? Genau, aber du sagst den 92er der Betriebsverfassung, also Personalplanung, Personalbeschaffungsplanung, Fluktuationspläne und so weiter, einmal das. Aber ich finde auch gerade den Fall, den du beschrieben hast, wenn jetzt Leiharbeiter kommen oder Befristungen, ja man kann nicht sagen, das wollen wir so nicht, das wäre auch so kein Veto-Grund. Aber der 99 Absatz 2 Nummer 3 der Betriebsverfassung wäre ein Veto-Grund, wenn man darlegen könnte, dass durch diese Maßnahmen, also zu viel auf Dauerleiharbeit, zu viel auf Dauerbefristung, dass für die Belegschaft, die Stammbelegschaft aber Nachteile entstehen, die weder persönlich noch betrieblich gerechtfertigt wäre. Und das könnte zwar ein Fall sein, wenn zu viel Leiharbeit kommt, also gerade Industrien, wo produziert wird, wo es vielleicht auch Akkord gibt und so weiter, wenn zu viel Leiharbeit da ist, kann auch sein, dass auf einmal dann diese ganzen Akkordlöhne vielleicht aber langsam ins Wanken geraten, weil Leiharbeiter vielleicht einen anderen Duktus haben, was die Erbringung der Arbeitsleistung anbelangt, als Festangestellte, nicht besser oder schlechter, aber wir wissen ja auch schon, als die Leiharbeit angefangen hat, da haben manche Leiharbeitnehmer sehr reingehauen, das würden die auch nie über Jahre aushalten, aber einfach um sich praktisch hinzustellen und zu sagen, hey übernimm mich, ich bin doch so super, das macht aber dann den Akkord dann irgendwo für die, die dauerhaft das machen müssen, irgendwo kaputt, dann entsteht schlechte Stimmung. Oder wenn man Befristete reinholt, für ein halbes Jahr, da könnte man sagen, sie holen dauernd Leute mit Befristung rein. Ja, wir haben wirtschaftliche Probleme, aber nach einem halben Jahr sind die wieder weg und ich darf den neuen, der wieder kommt, wieder einlernen und bis der mal fit ist, ist der schon wieder weg, das machen wir nicht mehr mit. Also entweder holen sie von mir statt drei Befristungen einen mit Volleinstellung rein, da geben wir unser Ja, sonst widersprechen wir aber auch zur Not. Also es gibt schon mal in gewissen Gegebenheiten Möglichkeiten, aber man kann nicht die ganze Personalpolitik natürlich mitbestimmen, das geht natürlich nicht. Aber das ist echt ein guter Tipp, den du da sagst, weil auch wenn Betriebsräte da jetzt nicht direkt auf den Arbeitgeber einwirken können, gibt es ja immer so diese Schlupflöcher, die über eine gute Argumentation laufen können. Gerade wenn der Betriebsrat es schafft, in der Sprache des Arbeitgebers zu sprechen. Der Arbeitgeber, klar, hat betriebswirtschaftliche Interessen. Wenn der Betriebsrat dem Arbeitgeber vorrechnen kann, Arbeitgeber, schau mal, wie viel Geld uns das am Ende kostet, weil wir immer neue Leute hier einlernen müssen, Recruiting-Maßnahmen, die Fluktuation wächst, ja, weil vielleicht das Stammpersonal, wie du sagst, wenn der Betriebsräte einmal schief hängt, da kann es natürlich auch in so eine Negativ- oder Abwärtstrendspirale schnell reingehen. Und insofern glaube ich auch, Betriebsräte sollten da einfach immer aus allen Perspektiven denken und sich nicht abhalten lassen davon, dann trotzdem von ihren Beratungsrechten Gebrauch zu machen. Ja, und ich meine, ich sage auch immer, auch in den Seminaren und zu Mandanten, also es geht jetzt nicht um den Widerspruch an und für sich, also ich bin auch kein Freund, die hauptsache mal Nein sagen. Also wirklich Quatsch. Aber wenn man wirklich diese Befürchtung hat, wie gerade beschrieben, dann würde ich doch sagen, da soll halt der Rechtsstaat sich drum bemühen. Da sagen wir aus unserer Meinung Nein, weil, und dann müsste der Arbeitgeber in die Zustimmungsersetzung zum Arbeitsgericht wegen der Maßnahme, dann soll sich das Arbeitsgericht drum kümmern. Und dann muss man es eben sportlich nehmen, wenn die dann sagen, nee, BR, hast falsch entschieden, das ist noch okay, das ist es halt so. Nur dann kann man auch mal sagen, wir haben aber unser Maximum jetzt gemacht, da hat der Rechtsstaat sich jetzt drum gekümmert, die haben leider gegen uns entschieden, aber da muss man es auch sportlich nehmen. Und nicht einfach so, da kann man nichts machen und Personalpolitik, man kann schon mit gewisser Argumentationen und dann sollen sich eben anderen drum kümmern, aber natürlich nur da, wo es auch wirklich ein bisschen augenscheinlich ist, dass es da Möglichkeiten gibt und nicht einfach nur wegen des Veto-Willens. Also das ist dann ein bisschen natürlich nicht das, was ich so empfehle. Ja, was natürlich noch passieren könnte, sind Versetzungen. Der Arbeitgeber könnte sich ja auch überlegen, naja, ich habe hier Personal, das kann ich aber gerade hier am Standort nicht mehr so gut einsetzen oder, ja, ich schaue mal, wo ich den Arbeitnehmer sonst noch so hinschieben kann mit einer Versetzung. Was sagst du denn dazu? Ja, da kommt immer das typische Problem, ein Mitarbeiter wird versetzt, der BR kriegt gar nichts davor mit und dann kommt der Arbeitgeber und sagt, ich muss ja auch gar nicht ins Boto und da steht ja eh im Vertrag drin, dass ich es darf. Ja, das ist eine, individualrechtlich kann das sein, müsste Arbeitnehmer das vielleicht sogar akzeptieren. Aber wir haben ja immer noch das kollektive Arbeitsrecht auch und eine Versetzung könnte auch mitbestimmungswichtig sein, auch für die über den 99er. Und es gibt eine schöne Norm in der Betriebsverfassung, ich will ja nicht so viele Normen nennen, aber man muss es vielleicht auch mal dann erwähnt haben, um es da vielleicht im Nachgang nochmal sich anzuschauen. Nämlich der Paragraf 95 Absatz 3 und der definiert ganz legal die Versetzung, was das nach der Betriebsverfassung sein soll. Und viele Arbeitgeber lesen den ersten Halbsatz, wo es heißt, wenn es länger als ein Monat sein soll. Und alles unter einem Monat ist für die keine Versetzung, für den BR. Ja, man muss aber weiterlesen, da heißt es nämlich, oder, wenn eben diese Maßnahme eben, sag ich mal, zu erheblichen Änderungen der Umstände führt, unter denen die Arbeitsleistung zu erbringen ist. Und das wäre auch unter einem Monat. Beispiel, ein Mitarbeiter soll nach der Krise, wie du sagtest, weil jetzt hier gerade nichts zu tun ist, für acht Wochen von A nach B versetzt werden. Dann ist das schon allein in der Zeitdauer eine mitbestimmungslichtige Versetzung. Ob man jetzt einen Veto-Grund hat als BR, eine ganz andere Frage, aber es geht erstmal über den Betriebsratstisch. Wenn jetzt aber ich für zwei Wochen von A nach B versetzt werde, das ist nicht dieser Monat, könnte das trotzdem mitbestimmungspflichtig sein, wenn zum Beispiel diese Versetzung über eine Distanz von 400 Kilometern ist. Weil der Mitarbeiter fährt nicht mehr abends nach Hause. Der wird irgendwo dann da, was du siehst, statt in München sitzt er dann in Frankfurt, dann gibt er da ein Hotel oder wie ein Apartment oder irgendwas. Und das sind erhebliche Änderungen der Umstände. Auch das geht über den BR-Tisch auch unter diesem Monat. Also, dass man das auch bitte immer im Blick hat. Viele Arbeitgeber sich immer mit diesem Zeitmoment da festtackern, aber es geht auch unterhalb dessen. Und dass man dementsprechend dann auch seine Beteiligungsrechte da nimmt. Aber es kann eben auch mal sein, Entschuldigung, wenn ich das noch sagen darf. Ja, klar. Aber es kann natürlich auch mal sein, dass der Vertrag und auch kollektivrechtlich nichts für den Widerspruch hergibt. Da muss man eben auch sagen, ja, dann stimmen wir jetzt auch zu. Und wenn es dir als Arbeitnehmer jetzt nicht passt, dann beraten wir dich in Anführungsstrichen, eine Info. Und dann muss man eben auch sagen, du hast dich dazu verpflichtet. Wir sehen keine Möglichkeiten zu widersprechen. Dann muss man es eben auch akzeptieren. Wir können auch mal versuchen, mit dem Arbeitgeber zu sprechen. Ob es doch jemand anders vielleicht machen kann. Aber natürlich packt das uns ja dran. Der Vertrag ist doch irgendwo einzuhalten. Man kann nicht alles irgendwann unterschreiben und später sagen, aber ich möchte es nicht machen. Aber es gibt natürlich da auch gewisse Vorgaben dazu, ganz klar. Ja, also ich glaube, wir können zusammenfassen. Das sind Themen, da können sich Betriebsräte drauf rüsten, wenn sie sich eben auskennen. Das lernen ja Betriebsräte auch in unseren Grundlagenschulungen. Wenn Betriebsräte sich da auskennen, gibt es durchaus Möglichkeiten zu agieren und auch auf den Arbeitgeber einzuwirken.